ARD Text im Auftrag von Funk Au! Alles klar! Das geht, Alex? Alles gut? Ja, pass, pass. Was geht, Leute? Wir sind wieder zurück bei Black Beaded Bartender. Heute wieder mit drei Cocktails als Shot Teil 2. Wir fangen direkt an mit dem Hot Chili Sunshine. Und das ist einmal unser Hot Chili. Als nächstes machen wir dann den Summer Love und danach den Holunder Twist. Genau. Wir fangen mit dem Hot Chili an. Zunächst nehmen wir Chilischoten mit in den Cocktail rein. Da kommt ein Lime. So, Zitrone. Wir arbeiten wieder mit Granini. So, dann haben wir Mango-Püree. Dann kommt ein Maracuja-Saft. Danach haben wir ein Peachli, ein Pfirsichlikör. Und den Wodka. So, das Ganze shaken wir wieder. Da ist immer eine schöne Bewegung drin, damit das schön langsam und schnell kalt rührt. So, dann machen wir die Chilischoten. So, das war unser Hot Chili. So, weiter geht's mit dem Summer Feeling. Wir fangen mit einem Schuss Joghurt. Genau. Danach haben wir weiße Schokolade. Und Mango-Sirup. Nehmen wir einen Rum, einen Bacardi-Rum. Dann nehmen wir Maracuja-Saft. Das Ganze wird jetzt wieder geschakt. Okay. Ja. Das ist unser Shake-Beat. So. So, jetzt füllen wir den auf mit Cremes. So, sehr schön. Das ist unser Summer Feeling. Weiter geht's mit dem 100-Twist. Wir fangen an mit der Zitrone. Schön. Dann kommt Maracuja-Saft rein. Und hier nehmen wir dann wieder den Wodka. So, das alles shaken wir wieder. Das ist Musik in meinen Ohren. Musik. Danach nehmen wir ein Blue Carassau. Das ist ein Blue Carassau, ein Zero Blue Carassau. Also ist der ohne Alkohol. So. Der wird wieder in der Mitte gefloatet. So. Die Garnitur kommt jetzt. Dann nehmen wir Zitrone. So. Fertig ist es auch. Und das hier. Alex, beim ersten Video hast du nichts gesagt. Magst du jetzt was sagen? Nein, immer noch nicht. Ja, dann. Prost. Alles Weitere seht ihr unten. Den trinken wir noch, oder? Ja. Fusi. Ich finde ihn gut. Ciao. 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 Ciao.